Hey, es ist so stark, dass du dir dieses kurze Video anguckst und ich lade dich ein, bleib unbedingt bis zum Ende dabei. Wir starten hier bei uns in der EFG Moer mal an bald den nächsten Alpha-Kurs und ich will dir mit dem kurzen Clip einfach nur mal kurz erzählen, worum es bei Alpha geht und dir zeigen, wie du auch selber bei Alpha mitmachen kannst. Alpha ist eine Reihe von Treffen, bei denen der christliche Glaube in einer ganz entspannten Atmosphäre entdeckt werden kann. Und hier hat man die Möglichkeit, so die großen Fragen des Lebens zu besprechen. Jedes Alpha-Treffen besteht zwar aus drei Elementen. Am Anfang gibt es ein Essen, es gibt ein Input und es gibt Gesprächsgruppen. Und beim Essen, da legen wir den großen Wert auf Beziehungen. Hey, wer von uns isst nicht gerne? Ist nicht nur ein notwendiges Übel, sondern wir sind gerne zusammen, haben Gemeinschaft beim Essen und deswegen startet jedes Alpha-Treffen mit einem Essen. Dann gibt es einen Input, der kommt bei uns von einem Video und das ist ein richtig guter, wertvoller Glaubensimpuls, der danach die Grundlage gibt, um darüber zu sprechen. Und das ist die dritte Zutat. In der Kleingruppe wollen wir uns darüber austauschen. Jeder Gast kann in aller Ruhe seine Sorgen, seine Bedenken und auch seine kritischen Anmerkungen loslassen, ohne dass wir ihn beurteilen. Alpha gibt es darüber hinaus auf der ganzen Welt. Das ist auch etwas, was uns einfach verbindet. Millionen von Menschen haben in den letzten 25 Jahren an einem der vielen Alpha-Kurse in über 100 Ländern teilgenommen. Wir zeigen euch jetzt noch ein ganz kurzes Video über Alpha, damit ihr das nochmal zusammengefasst sehen könnt. Hey, wie kannst du mitmachen? Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Als erstes brauchen wir dich, dass du für uns, für das ganze Team, für jeden, der sich da einbringt, betest. Ohne Gebet geht gar nichts. Du kannst aber auch ganz praktisch mithelfen in unserem Küchenteam oder Deko-Team. Und eines der wichtigsten Sachen, wozu wir dich unbedingt brauchen, du kannst einladen. Lade deine Freunde ein, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen. Du kannst jeden fragen, ob er nicht mal bei Alpha dabei sein möchte. Und diese einfache Einladung von dir kann einen großen Einfluss auf das Leben der Menschen haben. Unser Kurs hier startet schon am 9. Januar. Da geht es los. Wir werden uns immer dienstags treffen um 19 Uhr. Und es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, wie du einladen kannst. Hier zeigen wir euch noch unsere drei unterschiedlichen Motive, die du ganz zielorientiert aussuchen kannst. Je nachdem, wen du einladen möchtest. Da ist kein Video. Vielen Dank. Vielen Dank.